So, heute nochmal ein Classic-Video und zwar zum Thema Atherosklerose und ab welchem Alter das anfängt. Und wir können hier sehen, dass der Nummer 1 Killer, oh ja, können wir hier mit der Maus drüber gehen, zeigt das schön an. Der Nummer 1 Killer auf der Welt, wisst ihr, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das beinhaltet die ersten großen Todesursachen und es gibt hier auch noch so eine Übersicht, genau. Ja, wenn man hier draufklickt, ist es ein bisschen problematisch, weil es hier durchsichtig ist. Es gibt chronische ischämische Herzkrankheiten, Myokardien-Infarkt, Herzinsuffizienz, also ihr seht ganz oben sind die Schlaganfalle auch und sowas. Also alles, was mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun hat, alles hauptsächlich ausgelöst von Atherosklerose. Um einen Hirnschlag zu kriegen, Herzinfarkt zu kriegen, muss irgendwas falsch sein mit den Gefäßen, dass der Gefäßlumen zum Beispiel zu klein ist, dass da irgendwelche Bulges sind, also eine Bulge, eine Delle, eine Beule auf Deutsch. Und ja, das ist halt Atherosklerose, nennt man das auch. Und das beginnt schon ganz, ganz früh, wie wir uns hier heute angucken werden. Also ganz wichtig zu wissen, Nummer 1-Skill auf der Welt, darum, worum sich alle Menschen eigentlich kümmern sollten, daran nicht zu sterben. Ja, das ist nicht Krebs, sondern das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch. Und kennt ihr irgendjemanden, der sich darum kümmert, der weiß, woher das kommt und sich darauf vorbereitet und informiert und versucht, das zu vermeiden? Ja, ich kenne niemanden, der so etwas tut. Und dann gehen wir weiter. Wir wissen, dass Atherosklerose durch LDL-Cholesterin entsteht. Ist ein komplexer Prozess. Ich werde euch hier Videos dazu verlinken. Ich habe das in einem Video mal ausführlich erklärt, wie das funktioniert. Das LDL geht durch die Endothelwand, oxidiert dort, dann kommen Makrophagen und so weiter. Diese Geschichte. Und die fressen dann das Cholesterin und dann blähen sie sich auf und dann gibt es diese Bulsch, diese Delle. Und es ist, ihr kennt vielleicht, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr diese zwei Paper hier. Die größten Paper, die jemals gemacht wurden. Die größten wissenschaftlichen Arbeiten, die jemals gemacht wurden zu diesem Thema. Also gigantische Studien. Größer und besser kannst du es einfach nicht machen. Hier auch vor allem eine Kombination von verschiedensten Studien, inklusive Mendelian Randomization Studies, also Genetikstudien, die sich angucken, sogar ernährungsunabhängig. Also Genetikstudien, wo man weiß, dass Menschen einen krankhaft niedrigen Cholesterinspiegel haben oder einen krankhaft hohen Cholesterinspiegel haben, obwohl sie ganz wenig Cholesterin essen. Und da hat man festgestellt, die haben dieselben Erkrankungen, wie diejenigen, die sich diesen hohen oder niedrigen Wert anfressen. So sieht man, es ist sogar ernährungsunabhängig. Es kommt nur auf den Cholesterinspiegel an. Vor allem natürlich LDL-Cholesterin. Wenn der hoch ist, hast du Probleme. Ist egal, ob der genetisch hoch ist, ob der durch Ernährung hoch ist. Wenn der hoch ist, hast du Probleme. Wenn der niedrig ist, dann nicht. Hier das wahrscheinlich größte, aufwendigste Paper, was jemals dazu gemacht wurde. Und die Scheiben hier. Eine Kombination von verschiedensten Studien belegt hier eindeutig die Ursache von Atherosklerose. Und zwar ist es das LDL. Und hier steht nicht korreliert, wie in allen anderen Studien. Hier steht Cause. Es ist die Ursache, die Ursache, die kausale Ursache. Es ist hier Cause, der Cause tatsächlich, nicht Correlation, wie sonst immer gesagt wird. Und das kann man sich hier angucken. Das hier ist die berühmteste Grafik dazu. Ihr höherer der Cholesterinspiegel, umso mehr Atherosklerose. Es wurde nichts eindeutiger belegt als das. Also wer das leugnet, dann wisst ihr, ihr habt es mit einem Wissenschaftsleugner zu tun. Also sowas wie einem Flacherdler. Und dann gehen wir weiter. Da das klar ist, gehen wir in die Wissenschaft. Und die Wissenschaft, die hat sich das natürlich angeguckt, wann Menschen zum Beispiel Fetty Streaks haben. Das sind die ersten Stufen. Wir können uns das direkt hier angucken. Normalerweise sehen die Gefäße so aus. Das ist hier das Alter angegeben. Und dann irgendwann im Teenager-Alter hat man schon Fetty Streaks. Fetty Streaks sind einfach in den Gefäßen, sind das fettige Ablagerungen, die auf den Gefäßen drauf liegen. Das ist so gesagt nicht mehr sauber. Da liegt Fett auf der Endothelwand. Und das nennt man Fetty Streaks. Und dann Plagg ist, wenn man eine Balch hat, also eine Beule, und dann fließt das Blut dort halt so problematisch entlang. Also an der Beule entlang wird es dann ganz genau hier eng. Das ist ein Grund, wenn die Beule groß genug ist oder zum Beispiel aufplatzt oder du hast ein Blutgrinsen, das bleibt dort stecken. Dann kriegst du Herzinfarkt, Hirninfarkt. Und das ist genau das Problem. Und die Fetty Streaks hast du in diesem Alter zwischen 10 und 20 schon, zwischen 20 und 30 hast du dann den Plagg, diese Ausbeulung. Und dann mit 40, dann ist die Ausbeulung so stark, dass du nur noch drauf wartest, bis du einen Herzinfarkt oder Hirninfarkt kriegst. Deswegen Todesursache Nummer 1. Alles, was mit Atherosklerose zu tun hat, die ganzen Gefäßerkrankungen. Das hier, genau darum geht es immer. Daran sterben die allermeisten Menschen auf diesem Planeten. Dagegen sollte man kämpfen. Aber ganz genau der Nummer 1 Killer auf der Welt ist ganz genau der Killer, gegen den niemand kämpft. Menschen kämpfen gegen Krebs, ganz auffällig. Aber keiner kämpft dagegen. Hat wahrscheinlich dadurch zu tun, damit zu tun, dass Krebs eine langwierige Geschichte ist und ganz, ganz schlimm und schmerzhaft und alles. Und dieses Gefäßding ist eine schnelle Sache eigentlich. Du fällst um, dann bist du entweder, kannst du nie wieder gehen oder bist halt tot. Du fällst einfach um und bist weg vom Fenster oder halt brain damaged, irgendwas in deinem Hirn ist kaputt. Du bist disabled, also behindert. Genau, und das in der Wissenschaft, was sagt die Wissenschaft, wann kriegt man das? Hier in der Grafik ganz schön dargestellt. Hier steht es, es beginnt im Jugendalter. Wenn du ganz, ganz jung bist, beginnt es schon. Hier dann auch in diesem Paper wird genau das gleiche berichtet. Das ist hier aus der Zeitschrift Science. Dann hier eine Studie aus 2015. Und hier wurden 3000 koronare Arterien gesammelt von Menschen, die sich umgebracht haben, getötet wurden oder durch einen Unfall gestorben sind. Und hier hat man festgestellt, dass die Menschen in extrem jungen Alter diese ganzen Gefäßerkrankungen haben, vor allem Fetty Streaks. Und zwar ab 15 Jahren angefangen hat man sich angeguckt, ab 15. Und wie viele hatten Fetty Streaks, diese Fettablagerung in den Gefäßen? 100 Prozent. 100 Prozent aller Menschen hatten Fetty Streaks. Also alle hatten Fetty Streaks. Und Plagg hat man dann festgestellt im Alter von 30 bis 34. Hatten dann 65 Prozent. Also diese Ausbeulungen in den Gefäßen, wo der Gefäßlumen kleiner wird. Also der Bereich, wo das Blut durchfließt, der wird kleiner, weil es da halt irgendwas hindert, der da den Blutfluss. Dann kann halt obviously weniger Blut durchfließen. Und dann, was macht der Körper? Steigert den Blutdruck, damit da doch das Blut besser durchfließt und die Nährstoffe doch überall hinkommen. Aber 100 Prozent ist ein Knaller. Und wenn du bedenkst, dass im Alter von 15 Jahren haben schon 100 Prozent Fetty Streaks, da musst du mal bedenken, wann fängt es an? Also der allererste Fettfilm auf der Gefäßinnenwand. Du kannst dir vorstellen, wann das dann beginnt. Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Arteriosklerose im Mutterleib. Weil man sich Föten angeguckt hat. Und du siehst da nach dem Cholesterinspiegel der Mutter, siehst du die geschädigten Gefäße. Ja, das ist eine ziemlich üble Sache. Und so sieht das dann aus. Hier seht ihr, grau ist halt das normale Gefäß, wie es aussehen sollte. Und hier sind dann 15 bis 19-Jährige, 559 an der Anzahl. Und zwar ist das hier die Aorta. Und wir können hier sehen, dass Fetty Streaks von den 100 Prozent aller 15 bis 19-Jährigen befallen sind. Die haben diesen Fettfilm in den Gefäßen. Da seht ihr das Rote. Je dunkler es ist, umso schlimmer liegt da ein Fettfilm drauf. Und das Ding ist einfach, so schlimm das auch ist, wir wissen alle, wovon das kommt. Also wir jetzt, wir wissen alle, woher das kommt. Und das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, guckt euch die Wissenschaft an, wenn ihr wissen wollt, woher das kommt. Vor allem das hier von Cholesterin. Was machen Eltern? Was füttern die ihren Kindern? Cholesterin füttern die denen. Cholesterin gibt es nur in Tierprodukten. Komischer Zufall. Nur in Tierprodukten ist Verursacher Nummer eins von den allerersten, häufigsten Todesursachen, an denen Menschen sterben. Was bedeutet das für einen? Da gibt es halt auch Wissenschaft ohne Ende dazu. Ich habe euch hier mal aus dem Buch, aus dem wissenschaftlichen Buch, hier rauszitiert, was wird empfohlen, laut Wissenschaft dagegen zu machen, um sein LDL zu senken. Und hier wird dann natürlich empfohlen, dass man halt, es wird natürlich, dass es Wissenschaft, das ist auch nicht von Veganern gemacht oder sowas. Und deswegen sagen die, nehmen die natürlich den Mäßigungsapproach, ganz, ganz typisch. Wenn du dich an Lungenkrebs erkranken willst, dann rauchst du halt weniger. Und wenn dein Fleischesser dir irgendwelche Ratschläge, Fleischessner, Wissenschaftler dir irgendwelche Ratschläge gibt, dann heißt es dann natürlich auch, iss weniger Fleisch. Genauso wie es hier heißt, iss weniger Cholesterin. Aber das ist tatsächlich der Approach, den die einem an die Hand geben selber. Dass sie sagen, versucht weniger Cholesterin zu essen, Leute. Das liegt daran, dass du von Cholesterin diese Ablagerungen kriegst und versucht, weniger gesättigte Fette zu essen. Gesättigte Fette heben den Cholesterinspiegel an. Das schlechte Cholesterin vor allem. Kannst du auch hier in der ganzen Wissenschaft nachlesen. Und von daher wird hier empfohlen, wenn du in die Wissenschaft reinguckst, was sollte man dagegen machen, gegen hoher LDL-Colesterinspiegel? Ernährung. Aufhören, Cholesterin zu essen. Also, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid und kluge Menschen seid und versteht, wenn das von LDL-Colesterin, wenn das von Essen von Cholesterin gesättigten Fetten kommt, warum soll ich das dann verringern? Warum soll ich denn nicht aufhören, es zu essen? Aufhören, gesättigte Fette zu essen kannst du nicht, weil die halt überall drin sind. Du kannst ja nicht mal mehr eine Nuss essen oder sowas. Da ist ja gesättigtes Fett auch drin. Aber das, was damit gemeint ist, ist natürlich, ist overall gesättigtes Fett gemeint, aber vor allem das gesättigte Fett. Woher kommt gesättigtes Fett aus der Ernährung eines Menschen? Was macht den Hauptbestandteil aus? Tierprodukte. Tierprodukte sind voll mit gesättigten Fettsäuren. Pflanzen haben sehr, sehr wenig gesättigte Fettsäuren. Tierprodukte, sehr, sehr viele gesättigte Fettsäuren. Pflanzen, kein Cholesterin. Tierprodukte, sehr, sehr hohes Cholesterin. Natürlich der größte Verursacht von Arteriosklerosis überhaupt in der Ernährung sind Eier. Die gesunden Eier, ihr wisst ja, Eier als der gesündesten Produkt der Welt. Das ist natürlich ganz klar. Aber deswegen verrecken auch die allermeisten Menschen daran. Und wer ist Eier? Na alle. Deswegen kriegen auch alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sterben daran. Denn wie man aus der Wissenschaft weiß, das ist nicht mit zwei, drei Menschen gemacht, sondern mit, naja, eine halbe Million. Einfach mal. Und hier mehrere Millionen. Zwei Millionen, um genau zu sein. Also, ne? Gigantische Paper. Und von daher, hier, wie immer, ich werde hier meine Playlist verlinken, für alle, die es interessiert. Meine Cholesterin-Playlist. Finger weg von Cholesterin. Meidet es wie der Teufel das Weihwasser, ne? Meidet es wie Zigaretten und alles andere. Es gibt so viele Studien zu Cholesterin, wie es krebserregend ist, zum Beispiel. Und das wird einer der, es kommt in Zukunft, ich habe es vor einem Jahr schon gecallt, es wird in Zukunft rauskommen, dass es das Cholesterin ist, das Krebs verursacht in Tierprodukten. Es ist nicht nur das tierische Protein, die Karzinogene, sondern es ist vor allem, glaube ich, sogar an allererster Stelle das Cholesterin. Und genauso wie es, und wenn du bedenkst, es verursacht auch noch Krebs, also verursacht das ziemlich alles, was du hier auf dem Chart sehen kannst. Von daher, warum würde man das tun? Warum isst du nicht einfach etwas anderes? Aber wir kennen die Antwort halt. Es schmeckt so gut. Kennt ihr das? Am 1v1 Arena. Von daher, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, jeder konnte etwas mitnehmen. Also wenn ihr Kinder habt oder so, passt auf. Gebt denen nicht so viele gesättigte Fettsäuren, obwohl bei Kindern wichtig, dass sie auch Fett essen, weil sie die Kalorien brauchen. Dann gibt denen gesunde Fettquellen wenigstens, sowas wie Avocado, Nüsse und so weiter. Hauptsache keine Tierprodukte. Das ist die Hauptsache. Wenn da kein Cholesterin reinkommt, um deinen Cholesterinspiegel im Körper anzuheben, das ist schon mal der allererste und wichtigste Schritt. Deswegen, vor allem was Kinder und Jugendliche und sowas angeht, ihr müsst alles tun, um die davon abzuhalten, Cholesterin zu essen. Von daher, das ist wohl der wichtigste Punkt, den ihr aus diesem Video mitnehmen solltet. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet und kommt auf meinen Discord-Server, wenn ihr darüber sprechen möchtet. Die ganzen Studien sind wie immer unten verlinkt. Und I see you next time. Vielen Dank.